Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit mir am Fly High und mal wieder in Journey to the Savage Planet. Wir müssen immer noch Sachen machen. Wir gucken mal, ob wir die nächste Quest hier irgendwo finden. Hier wollten wir doch eigentlich noch dieses Geheimnis aufspüren. Hier gab es ja zwei Geheimnisse. Ich glaube, hier wäre mal gar nicht falsch. Ich will jetzt eigentlich das eine Geheimnis da oben lösen, aber auch das da hinten lösen. Hier. Ah, Inventar ist voll. Okay. Aber wir müssen ja eh noch in die Richtung. Irgendwas haben wir da ja nicht gefunden. So, und hier ist das Geheimnis. Was ist Kraftschock? Ah, das ist Kraftstoff, den wir brauchen. Scannen wir mal noch, ne? So, ich war noch nicht da unten. Warum sind da Bahnen oben? Oh Gott. Steh. Aber hier drin waren wir doch schon, oder? Ja, hier drin waren wir schon. Das haben wir schon untersucht. Jungs, Jungs und Medien. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Nein, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ist hier hochgeklettert, um mich dann von dem Vieh abschießen zu lassen oder was? Ja genau, wo ist bei ihr? Ja genau, wo ist das? So, Scan-Verhalten. Okay. Ach, hör doch auf. Hey, der hört immer noch nicht auf. Oh Gott. Hör doch jetzt mal auf. Hm, macht das Sinn? Oh Gott. Oh Gott. Welche sieht er mich? Oh Gott. Nein. Wie soll man denn den... Okay. Das heißt, das Ding da unten ist jetzt offen. Ha. Das ist ja nice. Jetzt haben wir nochmal so eine Metallisierung gefunden. Deine Scheiße. Das habe ich ja vorhin auch schon gesehen. Das Ding ist nochmal gleich wieder ein Level-Up. Perfekt. So, wie komme ich jetzt da hoch? Irgendwie muss ich da hochkommen. Ich muss jetzt erstmal wieder hochkommen. Hallo. Das hätte ich ja fast übersehen. Da oben steht auch so ein Teil. Und auf zum Atem. Ach na. Ich habe nichts dahinter. Und auf zum Atmen. Das wäre jetzt aber nicht euer Ernst. Okay. 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 Wie möchte er mich da nicht hochlassen? Autsch. Nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie man da dann hinkommt. Das heißt erstmal wieder zurück. Ich habe jetzt keine Lust gegen euch zu campen. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. So, da hoch, da hoch. So. Da hoch, da hoch. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Die Frage ist... ... ... ... ... ... ... Das Ding ist wieder zu, aber das ist ja egal. Ah ja, oh komm. Ich kann jetzt die Action-Musik mal wieder weggehen. Sieht kein Action ausgeführt gar nicht. Wie geht es denn weiter? Wie geht es denn weiter? Ja, ja. Ja, Musik ist jetzt auch wieder gut. Und... Oh Gott! Wie, da geht es jetzt auch noch runter. Ich habe keine Ahnung. Würde ich da runterspringen? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Dass ich die jetzt da irgendwie ein bisschen... So, oder was? Und wenn jetzt das Ding kommt... Ich habe keine Ahnung. 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 Warum? Ich habe keine Ahnung. 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 Und. Oof. Die machen mich gleich alle. Ich weiß es gerade nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, ich muss hier weg. Hier war ich anscheinend schon mal. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wir finden uns beim nächsten Mal raus. Bis dahin würde ich sagen, wenn euch das Ganze hier trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.